Out of Balance von Chris Brin Es liest Uwe Teschner Folge 4 Rebellion Kapitel 1 Das Eichhörnchen Teschner Tess' Handflächen klebten auf dem Boden des Versorgungsschachts. Hinein zu gelangen war einfach gewesen. Die Einstiegsstelle lag unbewacht in der Außenmauer des mächtigen Betonwürfels und Tes war dank ihrer hervorragenden Kletterkünste problemlos an die in ca. 7 Meter Höhe gelegene Vergitterung gelangt. Zuerst war Tes stinksauer gewesen, weil sie gedacht hatte, Chiara habe sie nur wegen ihres hageren Körpers und ihrer Größe rekrutiert, um genau solche Aufträge auszuführen. Aber nach dem Jeep-Klau und der Freundlichkeit von Chiaras Leuten vertraute Tes der Frau mit den Willmaushaaren. Nun glich es einem großartigen Abenteuerspiel. Statt auf Bäumen kraxelte sie eben in Versorgungsschächten herum. Und dass diese Schächte im Kontrollzentrum der Security lagen, machte die Sache noch um einiges aufregender. Tes? Ein Rauschen in ihrem Ohr. Sie legte den Finger auf den Schallschlauch, der sie kitzelte. Eichhörnchen ist einsatzbereit, wisperte sie. Louis am anderen Ende lachte leise. Verstanden, Eichhörnchen. Hast du den Plan im Kopf? Noch ein paar Meter geradeaus und dann links, wiederholte sie, was ihr Chiara eingeimpft hatte. Die Wegbeschreibung war ausführlich gewesen. Einige Abzweigungen lagen schon hinter ihr. Dann wieder rechts und dann ganz lange einfach den Schacht entlang bis zu einem weiteren Lüftungsgitter. Ja, genau. Lass dir Zeit beim Öffnen. Du brauchst nicht viel Kraft, das erledigt das Werkzeug für dich. Mach langsam. Im Serverraum ist jetzt niemand. Ihre Hände glitten zu dem Mini-Akkuschrauber an ihrem Werkzeuggürtel, auf den sie mächtig stolz war. Als man ihr das Gerät anvertraut hatte, war Adrenalin durch ihren Körper gerauscht wie Strom durch eine Leitung. Technik wie diese war schwer zu bekommen. Ihr schoss durch den Kopf, dass ihr durch Chiara und ihre Leute jetzt Dinge zur Verfügung stehen würden, von denen sie vorher nur hatte träumen können. Ich mach das schon, Louis. Kannst du dich auf mich verlassen? Weiß ich doch, Eichhörnchen. Man hat einen Truthahn auf der Krankenstation abgeliefert, sagte Nia. Lawrence würde der Schlag treffen, wenn er das wüsste. Sie stand vor dem Mannschaftsquartier der Security, hielt in gespielter Empörung die Arme vor der Brust verschränkt und ihre Lippen zitterten, weil sie ein Lachen unterdrücken musste. Ich habe meinem Team mitgeteilt, dass das erst einmal unter uns bleiben muss. Einen Truthahn, wiederholte Cap erstaunt und vergaß darüber, die Ärztin hereinzubitten. Seine Schicht war zu Ende, Kaito und Diego hatten übernommen, Michael war vermutlich noch bei Huggins. Er versuchte schon seit einigen Tagen, den Brigadier davon zu überzeugen, dass er wieder komplett einsatzfähig war. Nia wartete nicht auf Caps Einladung, sondern schob ihren schlanken Körper geschickt an ihm vorbei, ließ sich erschöpft auf das Sofa neben Larissa plumpsen und zog ungeniert die Schuhe aus. Genau. Für dich. Cap stand wie angenagelt bei der Tür, die mit einem Zischen zuglitt. Ein Truthahn für mich? wiederholte er wie ein Idiot. Lass mich raten. Larissa, mit einem um die nassen Haare gewickelten Handtuch auf dem Kopf, legte ihr PDA weg und reichte der Ärztin eine Schüssel mit gerösteten Insekten, die diese höflich ablehnte. Kreisler, fuhr Larissa fort und betrachtete eingehend eine Heuschrecke, als ob damit alles gesagt wäre. Die Frau ist steif wie ein Brett und hat mit herumflatterndem Federvieh nichts zu tun, erwiderte Cap begriffsstutzig. Die Französin lachte. Ha, c'est vrai. Aber die verkrampfte Sicherheitschefin hat eine Narren an dir gefressen, mein Lieber. Das war doch auf Kepler offensichtlich. Sie meint offenbar, ohne ihre persönliche Einflussnahme auf deine Menükarte würdest du hier verhungern. Ich finde, das passt, denn sie gackert auch, fügte Nia todernst hinzu. Larissa pustete. Ja, so hört es sich wirklich an, wenn sie den Schnabel aufmacht. Cap verstand immer noch nicht. Sie wollte mich besuchen und hat mir einen Trudan mitgebracht. Woher um alles in der Welt bekam man heutzutage so ein Vieh? Aber leider hatte ich dich ja schon entlassen, bestätigte Nia. Ich konnte ihr nicht weiterhelfen. Oder hätte ich die beiden in euer Quartier schicken sollen? Sie und ihr Tier. Larissa gluckste. Ich weiß nicht, ob sie es für dich persönlich rupfen und kochen wollte, sagte Nia. Auf jeden Fall steckt es momentan in einer Vorratskammer in der Kantine. Wende dich bitte an Ruth und frag sie nach den Besuchszeiten für Pedro. Pedro, ächzte Cap. Ihr habt ihm meinen Namen gegeben. Ruth hat netterweise die Verantwortung für ihn übernommen. Keine Ahnung, wie lange sie sich beherrschen kann. Nia warf Larissa einen verschmitzten Blick zu und die beiden Frauen brachen erneut den Lachen aus. Wenn du nicht aufpasst, macht Chrysler dir noch einen Antrag, kiekste Nia atemlos. Anscheinend steht sie auf jüngere Männer. Hochgradig witzig, brummte Cap. Sie ist hoffentlich nicht mehr da. Geknickt zurückgeflogen die Arme. Oh, mit gebrochenem Herzen, fügte Larissa hinzu und verschluckte sich beinahe an einem Mehlwurm. Gab es da nicht eine Tradition mit Ünern oder Ziegen bei einer Hochzeit? Ich bin erstaunt, dass du das kennst, denn das war Brauch in irgendeiner deutschen Gegend. Die unverheiratete ältere Schwester der Braut musste mit einem Ziegenbock das Tanzbein schwingen, sagte Nia kichernd. Das halte ich für ein Gerücht, erwiderte Cap. Nia schüttelte den Kopf. Tut mir leid, aber das ist Fakt. Anscheinend muss ich dir den Zahn ziehen, dass ihr deutschen fortschrittlicher gelebt habt als wir Inder. Da hat man euch am Lagerfeuermärchen erzählt. Bei uns gab es früher Autokursos bei einer Hochzeit, warf Larissa ein. Was ist das denn? fragten Nia und Cap aus einem Mund, aber Larissa winkte ab. Ja, egal, um auf Chief Stock im Arsch Chrysler zurückzukommen, ich glaube, sie macht sich Vorwürfe. Weil sie die Leute um diesen, wie nannte sich der Anführer noch gleich, in euren Raumer verfrachtet hat? fragte Nia. Shogun, sagte Larissa nüchtern. Allein die Erwähnung des Namens schien sie zu erden. Chrysler meint vielleicht, ihre Leute nicht genug überprüft zu haben. Obwohl Cap keine wirklichen Sympathien für die Security-Chefin von der Raumstation Kepler hegt, machte er ihr nicht die geringsten Vorwürfe. Die Direktive, das Wachpersonal für die Quarantänezone auf Kopernikus aufzustocken, war einfach zu kurzfristig erteilt worden. Das ist nicht ihre Schuld. Hagens ging wieder alles nicht schnell genug. Er dachte daran, dass Nia und Hagens ein Paar waren und schob hinterher. Sorry, Nia. Die Ärztin schien sich nicht daran zu stören. Uns ist das klar, Cap. Ihr selbst aber nicht. Zu einem Überfluss hatte sie ein vertrauliches Gespräch mit Kommandantin Beliaev, bevor sie bei mir war. Sie hat's in meinem Beisein erwähnt. Ich kannte Chrysler zuvor zwar nicht persönlich, weiß aber, wie unsere Kommandantin tickt. Mit der ist nicht gut Kurschen essen. Da sind sicher zwei Alpha-Weibchen aufeinander gerasselt. Mir egal, wisperte Larissas Stimme in Cap's Kopf. Solange Beliaev den Brigadier immer ordentlich fertig macht. Raus aus meinem Kopf, Larissa, sandte er zurück. Pardon, ich habe das noch nicht richtig im Griff. Strengt an, das zu kontrollieren. Wir haben das besprochen. Du kannst es blocken und die Oberhand darüber behalten. Das müssen wir eben noch üben. Das haben wir zur Genüge. Von wegen. Wir haben nicht genug geübt. Ich habe Probleme damit. Raus hier! Immer wenn sich Larissa in seinem Schädel zu Wort meldete, spürte Cap zunächst einen leicht stechenden Schmerz in der linken Kopfhälfte, der sich zu einem wuseligen Gefühl wandelte. Eine Armee trappelnder kleiner Ameisenfüße, die durch seinen Gehirnkasten zu eilen schienen, kündigte die Transmissionen an. So nannte er es. Transmission. Wie es funktionierte, wussten weder Larissa noch er. Die Vermutung lag jedoch nahe, dass es was mit der Veränderung ihrer Amygdalä zu tun hatte, von der auch sie bei allem Anschein nach betroffen waren, auch wenn ihre Körper ansonsten keinerlei Anzeichen der Vergiftung zeigten. Anfangs hatten sie beide fast Todesängste ausgestanden, dachten, komplett irre geworden zu sein. Dann gewöhnten sie sich allerdings erstaunlich schnell an den Gedankenaustausch. Cap hatte gelernt, persönliche Gefühle in eine Ecke seines Gehirns zu verschieben, an die seine Kollegin nicht herankam. Nia wusste von nichts. Noch nicht. Larissa und Cap wollten die Sache erst einmal für sich behalten, bevor sie als Freaks der Station Prominentenstatus erreichten. Die Sache mit der Hermion hatte sich natürlich herumgesprochen, was Cap als schlimm genug empfand. Der Ärztin schien das scheinbare Schweigen nicht unangenehm aufzufallen. Ihre Beine ruhten auf dem Couchtisch, an ihrem linken Fußgelenk baumelte ein silbernes Kettchen mit einem Elefantenanhänger. Wie hieß er noch gleich richtig? Wer? fragte Larissa. Dieser Shogun. »Iroyuki Hoshi«, brummte die Französin, und ihre Finger legten sich auf die Stelle des Bademantels, unter dem sich die Oberschenkelnarbe befand. Nia entging das nicht. »Er hat bei dir nicht die gängige Hiroshi-Munition benutzt,« stellte sie wie nebenbei fest. »Die Wunde wäre ansonsten viel besorgniserregender gewesen.« Cap stieß einen überraschten Grunz laut aus. Er hatte sich schon gewundert, warum der Schaden des Dauerfeuers, das Hoshi in der Hermion veranstaltet hatte, nicht größer ausgefallen war. Außerdem, fuhr die Ärztin fort, hat er offenbar genau gewusst, wohin er schießen muss, damit keine wichtigen Arterien, Narven oder Muskelstränge verletzt werden. »Er ist Biologe.« »Hm, da gehört schon ein wenig mehr dazu, Cap, als das Wissen über den menschlichen Körper«, sagte sie. »Wir können ihr nichts vormachen«, sagte Larissa in Caps Schädel. »Sie hat nicht wie ergens den IQ eines Tampons.« »Nicht jetzt, Larissa«, sandte er zurück. Cap setzte sich seufzend in den Sessel gegenüber dem Sofa. Liebend gerne würde er Nia ins Vertrauen ziehen, aber im Moment wusste er nicht einmal, wo ihm selbst der Kopf stand. »Horschi hat nicht auf den Piloten geschossen, sondern dieser Drecksack Wilson war's«, sagte er laut. »Schogun ist, wie es scheint, kein Freund von Cowboy-Taktik.« Nia betrachtete versonnen den kleinen Anhänger an ihrem Fußgelenk. »Die Spur des Elefanten verdeckt die Spur der Zwergantilope«, murmelte sie und sah dann auf. Alters Sprichwort. »Und das fällt dir jetzt ein Weil?« hackte Larissa vorsichtig nach. »Weil wir in Shoguns Fall offenbar einen Pferdenlasergut gebrauchen könnten.« »Budel«, »Nia – Plaughing Gudrun und Schro säga » »Handlung, »eine« Rangel uns захote da nur Anwar Berger Tempel »Nia« »Nia« »Nia»